Wir bräuchten hier ein bisschen Licht, so dann werde ich mir hier nur noch schnell das Gold mitnehmen. Oh, das ist sogar ein bisschen was. Nice. Aber ihr habt ja vorhin selbst gesehen, ich habe keinerlei Goldreserven mehr. Und das ist hier doch ein bisschen problematisch. So, hier machen wir mal zu. So, denn ihr wisst ja, meine Liebe zu Monstern. Sie wird glaube ich hier in Minecraft nie vorbei sein. Sie wird andauern. So, wie sieht es denn eigentlich mit meinem Inventar aus? So, einmal auf die Bag wechseln. Mal hier den ganzen Stone mit reinknallen. Beziehungsweise, das Erz wäre eigentlich sinnvoller. Denn, ähm, ich möchte dann das Zeug, also das Stone-Zeug hochschicken. So, wir suchen mal weiter. 8000 Diamanten. Waren da schon Diamanten dabei? Ich glaube ja mal nicht. Waren da jetzt schon Diamanten dabei? Waren da jetzt schon Diamanten dabei? Und gleich nochmal den hier auspacken. Ich habe die Diamanten, glaube ich, schon gesehen. Ha, da sind sie. Aber es ist echt Wahnsinn, was man hier in Techit an Diamanten braucht. Das ist nicht normal. Ja klar, wie viel Gravel denn noch? Wie viel Gravel denn noch? So, die packe ich mal hier hin. Äh, zu machen. Uha. Äh, ist da oben irgendwie eine Höhle? Nö. So, Diamant. Und die nehmen wir natürlich auch mit. Wie viel waren das denn? Oh, sieben Stück. Nice. So, das Eisen noch kurz ausbuddeln. Ach ja, so ein bisschen Lapislazuli. Warum nicht? Wer weiß, für was wir das noch brauchen werden. Äh, zack, zack. So. Wie viel Diamanten sind das denn jetzt? Ähm, 13. Tankstner haben wir nur 3. Ich brauche unbedingt mehr. Ich brauche mehr. Da komme ich jetzt. Da war schon wieder Gold. Ach komm. War das hier? Ja. Ähm, da war das Gold, denke ich, schon dabei. Mal kurz auf meine Bag. Ach, ich kann hier da trotzdem mal ein bisschen kobbeln. und reinschmeißen. Ja, die Bag hat schon so seine Vorteile. Muss ich ja ehrlich gestehen. Ich hätte mir die schon viel früher machen sollen. Äh. Fliegen wir eben über das Wasser drüber. Äh. Ja, ach komm. Machen wir gleich hierzu. Gold. Ich bin reich. Hahaha. Äh. Das mitnehmen. So. Äh. Ja. Dann weitersuchen. So. Hier hab ich schon geguckt. Ja. Und hier. Und hier. 4000. Das ist alles Uran. Da wäre nochmal Gold. Aber das... Ich bin jetzt nicht hier, um Gold zu suchen. Nee. Ich bin hier, um... Oh. Tanksten. War das... War das schon dabei? Nee. So. Wieder ein bisschen Licht. Tanksten? Nö. Natürlich nicht. Ähm. Ja. Ja. Hier nur... Aufpassen. Sehr aufpassen. Denn wenn ich jetzt in die Lava fallen würde, das wäre fatal. Auf alle Fälle hier gleich zumachen. Ja. Wir haben ja den Cobblestone dabei. Und den gleich mal weg machen. Ja. Ich setze mir natürlich einen Cobblestone genau vor das Gesicht. Aber wirklich genau davor. Äh. Hier. Und... Nach... Hinten. Da. Komm schon. Und noch einmal. Wird zwar jetzt gleich wieder ein bisschen dunkel. Ja. Das dachte ich mir. Aber dafür haben wir ja unsere Fackeln dabei. Da ist Tanksten. Ich hab's gesehen. So. Einmal hier Licht. Noch schon wieder so viel Gravel. Irgendwie komme ich mir hervor, wie wenn ich in einem Kieswerk oder so wäre. Also so, so ist das hier unten, ne? So. Eisen, 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 Eisen. So, das natürlich auch noch mitnehmen. Und natürlich das Tanksten mitnehmen. Ähm, das sind 12 Diamanten und 13 Diamanten, ne? Das sollte auch vorerst erstmal reichen. So. Kannst du mal noch kurz gucken, ob hier ein bisschen Tanzen ist? Ähm, da waren Diamanten. Und mein Inventar ist schon wieder voll. Nochmal. Nochmal kurz das Erz reinschmeißen. Da waren noch keine Diamanten dabei. Da. Auch noch nicht, aber dafür ist meine Tasche schon wieder voll. Eisen, Eisen. Wobei, wenn ich überlege, Eisen haben wir mittlerweile so viel Diamantner. Einer. Das heißt, äh, die müssen hier irgendwo sein. Na, sieh mal einer an. Diamantensuche der schnellen Art. So, äh, und wenn ich hier überlege, warum will ich eigentlich das, das Zeug hier nach oben schicken? Die, 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 die Erde und, und hier den Cobblestone. Das kann ich doch oben gleich verbrennen. Bin ich ja schon wieder voll. So. Das soll jetzt vorerst mal da bleiben. Ich gehe noch mal kurz, äh, quasi in diese Richtung. 4.000. 2. Also, wenn hier schon Diamanten sind, dann nehme ich sie auch mit. Ne? Also da. 4 Diamanten. Ne. So, einmal der hier. Äh, der Knie. Der Kies muss weg. So, meine letzten Fackeln hier dann verbraten. Ne. Da waren die Diamanten immer noch nicht dabei. Rahn und Gold. So, da aber jetzt, oder? Ja, sieben Stück. Äh, unsere Tasche ist schon wieder voll. Cobblestone, Erde, Erde, Erde. So. Ähm, das Gold nehme ich mir noch schnell mit. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So. Hier hätten wir noch die Diamanten, ne? Raus mit euch. So, das sollte jetzt aber eigentlich reichen. Ich hab, ich hab fast keine Fackeln mehr. Ich hab fast keine Fackeln mehr. Das ist, das ist schlecht. Und hundertprozentig auf dem Rückweg treffe ich hier noch auf ein, zwei Diamant vorkommen. So. Jetzt hätten wir alles... Lass mal gucken. Nein? Ja, ich sag's doch, ne? Waren da jetzt schon die Diamanten dabei? Ne, aber sie sind gleich da. Das ist passend. Was will man mehr? Ist da noch mehr vielleicht? Ja, klar. Ich hab doch keine Fackeln mehr. Hab ich noch Kohle dabei? Kohle, irgendwo Kohle, keine Kohle. Hab ich noch Sticks dabei? Auch keine Sticks mehr. Das ist ja sehr reizend. Boah, lass mich doch da durch. Ähm. Ja, aber ich hab eh keine Kohle dabei. Äh, keine, keine, kein Holz dabei, oder? Gar nix. Hab ich da alles zurückgelassen? Wirklich alles, ja. So. Gib mir hier mal ne Fackel. Gib mir hier mal ne Fackel. Gib mir hier mal ne Fackel. Und hier. Und hier. So nah müssen die nicht sein. Ah, muss ich hier schon wieder Fackeln schnoren? Kann ja echt nicht sein. Äh, und ich sollte vielleicht mal ne Kleinigkeit essen. Essen ist immer gut. Ja, ich höre hier schon wieder was. Äh. 14. Da war was dabei, glaube ich. Ups. Nur eine Bitte. Im Moment ein bisschen sparsam sein. Ähm. Boah, also ab und zu meine Maus hier. Äh. War's das jetzt schon? Ne. Es geht noch weiter. Kann das? Da waren sie wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Nö, natürlich nicht. 20. Aha. Äh. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Das Zeug natürlich mitnehmen. So. Einmal. Zweimal. Uran. Oh. Guckt euch das mal an. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Ich sollte mich jetzt so langsam, ne? So langsam sollte ich mich hier jetzt verziehen. Das ist nur Kohle. Das ist auch nur Kohle. Eisen. Ach komm. So. Wir gehen jetzt nach oben. Unsere Taschen sind sowieso voll. Wir haben keine Fackeln mehr. Was will ich hier noch großartig tun? Die Edelsteine mitnehmen. Hahaha. Keine Ahnung, wofür ich die noch brauchen könnte. Boah, was wir hier schon für Gänge gegraben haben. Das ist echt Wahnsinn. So. Fliegen wir mal an der Decke entlang. Warum nicht? Flieg, Blazy. Ne, nicht in die Lücken fliegen. Okay. Hier werde ich im Moment gar nichts nach oben schicken. Denn ich werde das sowieso gleich alles verbrennen, das Zeug. Denn das geht dann einfacher. Tür auf. Tür zu. Einmal hier rein. Und gleich mal hier nach hinten gehen. Um die Diamantproduktion ein bisschen anzukurbeln. Cobblestone. Gravel. 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 Cobblestone. Ähm. Ähm. So. Dann mal das Zeug einsortieren, was wichtig ist. Und zwar. Ähm. Das hier. Uran. Die Edelsteine. Silber. Lapislazuli. Kupfer. Nikolait. Nikolait. Flint. So. Mal kurz hier meine Tasche öffnen. Hier mal das Ganze so machen. Ne, Moment. Den möchte ich im Moment nicht haben. Äh. Das brauche ich auch. Das verfeuere ich. Dann. Boah. 33 Diamanten. Doch so eine reiche Ausbeute. Naja. Ähm. Und wir sollten vielleicht doch mal ein bisschen Gravel einsortieren lassen. Denn, ähm. Ja. Wer weiß, ob wir den noch brauchen. So. Und es wird schon wieder Nacht. Äh. 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 So. Mal kurz meine Tasche öffnen. Zack. Die Spitzhacke möchte repariert werden. Und eine gute Nacht. Und einen guten Morgen. Der tägliche Weckruf. Er lässt grüßen. So. Dann werden wir mal ein bisschen anfeuern gehen. Drei Diamanten. So. Mal kurz hier die Tasche aufmachen. Ähm. Die Axt können wir vorerst mal da reinziehen. So. Mal erstmal den ganzen Stein hier verfeuern. Das dürfte ja relativ schnell gehen. Glaube ich jetzt. Aber es ist ja genug Platz da. Ja. Das rockert hier. Das rockert hier gut durch. So. So. Das natürlich auch noch. Nein. Achso. Ja. Brr. Oh. Die gleich mal rausnehmen hier. Und das Tanksten hauen wir natürlich auch noch durch. Zack. Boah. Das waren gleich zwölf Diamanten. Wir haben 49 Diamanten. Seht mal an. Wie das jetzt durchläuft. Schön. Okay. Dann werden wir dem Ding da unten mal beibringen. Aua. Einen Goldblock herzustellen. Und ich habe kein Werkzeug. Nichts dabei. So. Den lasse ich mal vorerst da. Das nehmen wir uns mit. Die nehmen wir uns mit. Die. Die zwei Kisten. Die Basic können wir uns auch mal mitnehmen. Sonst noch was im Moment. Nö. Okay. So. Mal gucken. Wo hatten wir denn als letztes Moment. Die drei waren fertig. Hier ist noch nichts drin. Und hier auch nicht. Also das heißt. Hier fangen wir mal wieder an. Dir möchte ich jetzt lernen. Einen Block of Gold. Import. So. Als nächstes. Habe ich ja gesagt. Den Energy Collector. Das heißt. Das Ding muss auch noch eine Furnace lernen. Cobblestone. 3, 6, 8. Ja. Acht Stück. Nehmen wir doch mal das kleine Stack mit. Du lernst einen Ofen. Import. So. Dann braucht das Ding noch Glas. Das haben wir in der Regel. Glowstone. Glowstone. 1, 2, 3, 4. Abwärts. So. Dir lerne ich einen Glowstone-Block. Importieren. Und dir lerne ich dann quasi. Ach die Scheiße. Ja zum Glück habe ich so viele Diamanten. Zum Glück habe ich so viele Diamanten. Also ab und zu meine Maus. Hier in dem Game. Keine Ahnung was das ist. So. Für dich brauche ich jetzt erstmal. Einen Ofen. Ich craft mir das hier drin mal eben. Dann brauche ich 1, 2, 3, 4. Ne. 1, 2, 3, 6 Stück. 1. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ich brauche ein Glas. Erdekies. Hier. Ein Glas. Ach nehmen wir mal die 3 mit. Entendlich Hardware. 1. Für mich liegt es OVER. Wir halten Kommun.